Bis und so kommt heute auch eine Freundinstützung von Squarespace. Make it tasteful, make it loud, make it beautiful. Sie haben im Angebot einen Webseitenbaukasten, was ein verseuchtes Wort ist. Man möchte das nicht mehr sagen. Man sagt, ihr kriegt eine Website, ihr bekommt eine Domain, ihr bekommt dort die Vorlagen. Ihr könnt einen kostenlosen 14-Tage-Test machen. Ihr könnt genauso hip sein wie diese Leute auf der Website. Mindestens. Wow, also man muss aber Nektar tun. Das muss man schon, ja. Ihr könnt eine Website machen für Quinoa, was ist das, Schokolade? Oder andere Dinge, was auch immer das sein mag. Sie haben sehr viele schöne Templates, Vorlagen, wo ihr euren Inhalt reinschreiben könnt, direkt an Ort und Stelle. Ihr klickt einfach in die Website, in eure Website und könnt dann dort den Content reinschreiben. Ihr könnt ein Foto direkt aus iCloud-Fotos rüberziehen. Ja. Also es ist wirklich mega easy. Ihr könnt den 14-Tage-Test machen. Wenn ihr da nach keinen Bock mehr habt, dann löst sich die Seite einfach wieder auf. Oder ihr sagt, jo, das ist gut, ich will das haben. Dann nehmt ihr unseren Gutscheincode WITZ. Dann gibt es 10% Rabatt auf euren ersten Kauf. Und dann habt ihr eine Website. Ihr könnt die jährlich bezahlen. Dann habt ihr auch gleich die Domain mit drin. Oder ihr nehmt eine Domain mit dazu. Das ist inzwischen auch SSL abgesichert. Das haben sie alles geupdatet. Ihr könnt euch mal, scrollt mal ganz nach unten auf der Squarespace.com. Schaut euch dort durch, was sie dort für Vorschläge haben. Was sie für mobile Apps haben. Was sie für eine Hochzeitswebseite machen. Und was du da reinklicken kannst. Schaut es euch einfach mal an. Schaut es euch an, ob das das Richtige für euch ist. Squarespace.com. Gutscheincode WITZ. 10% Rabatt. Und wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung.